Oh hallo, oh hallo, servus, hallo, da bin ich wieder, wie ihr seht, ich bin hier unterwegs, ich bin heute wieder am Weg zum Blutplasma-Spenden. Hinter mir ein Plakat, äh, du bist Rapid, wie einigen wissen, ich bin nicht nur Fan von Rapid, ich bin auch Fan der First Vienna. Ja, dazu gibt's eine kurze Geschichte, ich hab eh heute schon mit ihm geschrieben, mit einem Journalisten namens Markus Meisel, der ein Interview mit mir geführt hat, nicht nur mit mir, sondern auch mit dem Datta, dem ehemaligen Trainer der First Vienna. Ah, hier geht es um den Coronavirus, was sagen die Fußballfans zu dem Coronavirus? Lass dein Kommentar da auch zu diesem Thema. Ähm, ja, ja, gestern das Video, Vater Abraham hat schon 262 Aufrufe, weiter so, Daumen nach oben. Ja, dann am Nachmittag werde ich mir Dirt 5 das Video anschauen, gestern habe ich mir das Magazin gekauft, das Gen-Magazin, werde mir dann das Video anschauen, Dirt 5, ein echt cooles Rennauto-Spiel, werde dann auch berichten, werde euch das Video zeigen, also bis dann, tschüss, 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 Daumen hoch. Bis dann, tschüss, tschüss. Schon das Video geht?! Bis dann, tschüss. Tschüss!